Mal gucken ob es überhaupt geht, ich will Maus und Tastatur und du und natürlich geil bin ja. Gegen Gewicht. Backe sitzt natürlich wieder nicht im Bild. Gut. Possibly. Ich glaub ich bin oben ne. Müsste es eigentlich. Wieso erst dann noch? Wollen wir jetzt sehen. Nehmen wir irgendwas aus. Er ist ganz da. Kann ich sehen. Guck mal den Controller 2. Zweiter Controller da unten und nimm da den. Boah was hab ich denn jetzt für ne scheiß Klasse ausgewählt. So was meine Klasse. Was glaub ich denn das? Ne ich hab 3 gewählt glaub ich aus Versehen. Eins ist da eine. Nein. Müsste aber. Nein. Ich hab 2 auf dem den Garten. Ja dann. Ja ich hab beide deine. Musste gleich nochmal deine machen. Oder sollen wir nur kurz beenden. Ich weiß was du willst. Kannst du keine laufen sehen. Weil was das hier ist. Ahahahahahahaha. Hey was sag das denn fürn scheiß. Schless mal kurz. Warum hat der jetzt weiter geschossen. Alter Alter. gut die Kirche anrufen und dann noch zurück und und ab Wird Softcore oder Hardcore? Dann können wir gleich mal Hardcore Das würde glaube ich schneller werden Ich glaube Fuck, das wäre schon 20 mal gestorben, der ist Hardcore LOL! Warum ist denn der jetzt nicht gestorben? Das ist eine Falle und zwei weiter weg Nein, nein, das meine ich nicht, aber durch die Stacheln hätte sie verrecken müssen Ja, du hättest hochfliegen müssen Schwerkraft außer Kraft setzen Mach weiter weg Du warst direkt neben der Explosion, Alter Was geht denn bei dir? Ich hab dich da hinlaufen sehen, also komm ran jetzt auf den Meter Ja Kann ich jetzt beide auf den Bildschirm gucken Nein Ich hab den ja gerade schon gesehen Oh Oh Ich hab 8 Millionen Schüsse gebraucht Boah, ich kann nicht sein mit dem Shooter Definitiv Oh Fuck Ja Geht doch Ich bin jetzt einfach mal mit der Manowar Er hat die Klasse gemacht, die muss ja irgendwie was reißen können Wenn er sich das schon macht Ja, ich weiß, wo vorne kommt Ich weiß, wo vorne kommt Ich auch Wenn er sich das auch nicht bewegt ... 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 ich kenne noch die Waffen überhaupt nicht ich kenne noch die Waffen überhaupt nicht oh fuck, falsche Richtung weiter falsche Richtung stirbt doch endlich ich glaube ich würde es noch frissen das geht so viel jetzt ist ruhig bleiben so geht das Black of 3 gefällt mir nicht ich habe auch BO2 ich glaube aber da verlierst du noch mehr ich kenne noch kein Stück ich kenne den ich spiele ich 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 in dem Spiel das war die Hoffnung heute aber auch auch n k k ich denke so viel ich komme das wird zu kichtig irritiert eine Was? Die Map? Oder meinst du noch? die Aber ich trage doch gar keinen grünen. Ach ja, mein Zimmer ist grün. Da fangt keine Munition mehr. Was denn? Ja, ich hab dich noch mitgenommen. Ich will mich gar nicht sagen, kein wenig. Scheiße. Ich hab noch nie so nass ab. Was wolltest du, noch nie so auseinandergenommen? Was für Idioten hast du denn? Ähm, recht gut eigentlich. Kann ich gleich mal mit Controller spielen? Dann nimmst du mich irgendwo irgendwann mal. Was ist los Buckels? Soll ich mal richtig anfangen zu schwitzen? Das Problem hat sich gleich geklärt. Von wegen Munition. Das Problem hat sich gleich geklärt. Das Ding ist doch. Das hat sich gleich geklärt. Ach ja. Das ist doch richtig geklärt. Ach ja. Ach ja. Ich bin ein bisschen weggeklärt. Oh. Oh. Ach ja. nicht mit der Karte und mit uns kommentar fünf tildes in der letzten mal ist Steuerung und Sichtempfindlichkeit. Ja, du hattest doch... Ne, stimmt, du hattest ja bei einem anderen Dings gemacht, bei meinem D-Account. Ja, ich hab ihn ja mal. Oh, hi. Oh, hi. Fühlt sich angenehmer. Oh, ne, verrat. Was willst du? Guck mal, was gebe ich denn hier noch für fertige Klassen? Weiß ich deswegen nicht. Das haben wir genommen. Oh, ne Schnipsor. Ich spiel gegen den Verlierer. Nein, nein, das dürfen die Gewinner gegeneinander. Oh, die Schneifer ist kacke. Beide jetzt zum Sniper, ne? Ja, das sind alle Sniper. Wie, war schon das Ziel? Ja. Ach ja, stimmt, ich hab das mit diesen komischen Stacheln dann geholt. Ich bin jetzt gegen Batis. Oh Gott, RIP. Ich weiß zwar noch nicht, an wen das RIP ging, aber mit. Bakis, du hast gut gespielt. Tust du mir mal in mein Kissen? Das war sogar ernst gemeint. Ich bin lieber Zombies, machen wir davon. Die sind geil. Don't the walking dead, ihr solltet heiraten. Ja, so ein paar schwangere Zombies dürften sich doch schon raten. Ach komm. Das geht doch noch. Lass Backe sich erstmal ne Klasse machen. Ja, das hatte ich gerade vor. Hast du die Aufnahme schon ausgemacht? Nö. Los geht's. Ach ja, den müssen wir ja dann. Ciao. So. Wie die kleine Katze schlägt. Drum jau auch du. Das geht doch schon. Das geht doch schon. Das geht doch, wie die kleine Katze schlägt.